So Freunde, nächster Clip ist da. Schauen wir mal an. Sergei, pass auf die Aussehen. Theo Anandes, die Natale. Gekko jetzt. Oh mein Gott, was war das? Hä? Dinger. Okay, wir sehen hier auf jeden Fall wieder Crossplay. Da haben wir in den letzten Clips schon drüber gequatscht. Was war denn das? Wait. Hat der einfach linken Stick einfach das Ding nach vorne geballert? Im Laufen. Und dann gar keine Reaktion mehr vom Verteidiger. Und Gekko läuft einfach, also richtig pacemäßig los. Als hätte er über den Pilz gelaufen. Auf Mario Kart Basis. Zack. Hat den Pilz aktiviert. So ein Ding ist das. Gekko hat den Pilz aktiviert. Hä? Aber was war das denn? Nein. Also jetzt nochmal ganz in Ruhe. Theo, die Natale. Zack. Ganz normal passt. Soweit nochmal. Und dann kommt das. Also im Normalfall müsste hier die 13 den doch kriegen. Hier. Gleiche Höhe. Ah, ein bisschen nach vorne. Aber ich weiß nicht, was er da aktiviert hat. Das ist wirklich auf den Pilz drauf. Und dann der Fallrückzieher auch noch richtig böse. Und er drückt auch direkt Stahl wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das war schon crazy. Noch nie gesehen sowas. Heftig. Und dann, wenn du das mal wieder schlägt. Und dann, wenn du das mal wieder schlägt. Und dann, wenn du das mal wieder schlägt.